Hallo und herzlich willkommen zu meinem 19. Part jetzt. Ja, ich bin gerade ein bisschen geknickt, weil ich habe euch ja an dem letzten Part erzählt, ich habe davor drei Parts aufgenommen und bla bla bla, ich habe das ja gehört. Ja, und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass der andere Part, den ich aufgenommen habe, zu leise war von meiner Stimme her und noch so... Ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas aufgestampft ist jetzt, ich habe am Anfang des Parts, habe ich gemerkt, dass ein Pferd aufgestapft und es hat sich... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, jedenfalls war das bei mir so. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich glaube schon. Deswegen... Oh, Entschuldigung, dass ich ans Mikro gekommen bin. Jedenfalls waren da so komische, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, so dumpfe Schläge oder so, jetzt nicht zu laut oder so. Jedenfalls war der Part halt auch zu leise von der Stimme her. Aber ich will den jetzt auch nicht neu aufnehmen, weil ich mir jetzt gerade das Pferd gezähmt habe. Und das ist auch eine Arbeit, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal schaffe, ich habe auch nicht genug Leder. Und da ich jetzt drei Parts da schon davor ohne Sinn aufgenommen habe, habe ich da jetzt ehrlich... Es tut mir leid, ich habe da jetzt aber keine Lust drauf, das jetzt nochmal aufzunehmen mit dem Pferd und alles und alles neu machen. Und deswegen entschuldige ich mich dafür und, ähm, ja, ein fettes Sorry. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich fahre jetzt mit richtiger Lautstärke, ähm, fort mit dem 19. Part, damit sich das auch lohnt, das heute Nacht hochzuladen. Ja, und, ja, na nun gut, da werde ich jetzt erstmal rausgehen. Okay, und ich habe mir gedacht, heute gehen wir mal auf Räuberjagd, weil, ähm, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, das hatte ich eigentlich vor, also das habe ich euch eigentlich gezeigt in diesem Pass, den ich nicht aufgenommen habe. Da habe ich euch das gezeigt, ähm, nur halt, ähm, ja, ich habe es halt nicht aufgenommen, wenn, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ähm, so. Ich habe jetzt genug Kugeln und Sprengpulver, um meine Pistole zu laden. Wo habe ich die? Wo habe ich? Wo habe ich denn meine Pistole? Ähm, wo habe ich die Pistole? Hallo? Hallo? Habe ich die verloren, oder wie war das? Hä? Wo ist meine Pistole? Ähm, yo, meine Pistole ist weg. Hm, ich will mir schnell eine neue bauen. Ach ja. Äh, nein, ich brauche Eisen, genau. Flint und Sticks. Sticks mache ich jetzt. Oh, ich habe so Halsschmerzen, ey. Jetzt habe ich schon 40, nee, 50, warte, 50 Minuten habe ich jetzt gerade aufgenommen und nur gelabert. Oh, mein Hals ist so am wehtun. Aber nun ja. Warte, ich mache mir jetzt zwei Pistolen, dann habe ich auch Schüsse mehr. Warte. Oh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht heißer. So, genau, jetzt habe ich mir zwei Pistolen und dann habe ich auch gleich zwei Schuss. Das ist gar nicht mal so schlecht. Super. Jetzt habe ich zwar nur noch zehn Eisen, aber ich brauche es auch momentan nicht. Dann lade ich die nach. Oh, da kommen die Stapeln wahrscheinlich nicht. Okay. Und nachgeladen und nachgeladen. Das ist doch super. Und wie gesagt, dann werde ich jetzt mal auf Menschenjagd gehen, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Einmal halt auf Räuberjagd. Und ich will aber nicht nur Räuber jagen, weil diese netten Leute hier, das tut mir zwar ein bisschen leid, die immer zu töten. Aber die bringen nämlich auch, ähm, ah, fuck, nein, die bringen nämlich auch gute Sachen. Die verlieren, also nicht immer, aber manchmal, oh Gott, jetzt will ich schnell Fleisch nehmen. Ja, 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 der hat einen Diamant getroppt. Das meinte ich. Die verlieren auch gute Sachen. Jawohl, ich habe einen Diamant gefunden. Geil. Äh, ja, ich spare auf, ähm, drei Diamanten, damit ich mir, nein, vier Diamanten, damit ich mir eine, äh, Diamantenpistole bauen kann. Und die hat dann sechs Schuss. Und das ist echt nicht schlecht. Oh. Hallo. Und zwei Eisen. Ich liebe diese Mod. Äh, jo. Oh, das mit dem Diamant, das ist ja richtig geil. Lohnt sich richtig, die Bösen zu töten. Äh, die Guten zu töten. Oh Gott, der Bogen. Okay, schreck was nach. Hm. Ja, in einem der Parts, die ich aus Versehen nicht mit aufgenommen habe, ähm, hat ein Bandit auch, ähm, na, was hat er verloren? Einen Bogen. So, aber nicht schlecht. Ich hole mir jetzt Fleisch, ich bin einfach zu blöd für diese Welt. Äh, deswegen hole ich mir jetzt kurz Fleisch. Nicht, da habe ich mal Fackeln dran. Oh Gott. Fleisch habe ich wohl hingelegt. Das ist da drin. Oh, habe ich mein Fleisch hingelegt. Ach, hier, genau. Da, da. Ess ich gleich was. Nein. Ach. So. Und nur zwei Match. Oh, jetzt habe ich das gegessen. Nein. Ah. Ich bin jetzt 50 Minuten am Labern, da wird mir irgendwann plöd. Das tut mir echt leid. Ach, ja. Äh, so. Was ich in einem dieser Parts, die ich nicht aufgenommen habe, auch gesagt habe, war, dass ich vielleicht, ähm, irgendwann mal so, einfach nur aus Jux und Döllerei, ein, ähm, eine Folge oder ein Video von Let's, äh, Ach, Let's for Dead. Nein, Left for Dead aufnehmen werde. Einfach mal so. Erstmal, ähm, will ich einfach mal gucken, wie es ankommt. Und zweitens, ähm, macht es mir auch Spaß und einfach mal so viel zwischendurch. Oh, der hat, ach, warum esse ich das denn? Oh, ich bin doch so blöd heute, ey. Man wird einfach beklopft, wenn man echt 50 Minuten am Stück am Labern ist. Das ist schon blöd. Ah, ja. Kennt ihr das, wenn der Halt so austrocknet? Nicht schön. Kugeln, Pulver. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken bei meinen 18 Abonnenten bis jetzt. Ich hab auch, ähm, bis jetzt, ich glaube, nur gutes Feedback bekommen. Und das ermutigt einen richtig weiterzumachen. Da will ich euch, bin ich euch wirklich so dankbar. Ah, das hat ja Herzen abgezogen. Naja. Ja, da bin ich euch wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm. Ja, als ich angefangen habe mit dem, äh, Let's Plays, hab mir so gedacht, einfach, ähm, ja, wie gesagt, ich hab davor halt Let's Plays gesehen und hab mir einfach so gedacht, mach's das einfach auch mal, ähm, mal schauen, wie es ankommt. Ich hab mir gar keine großen Erwartungen gemacht, aber das ist halt gleich, heute ist der siebte Tag, glaub ich, also vor einer Woche hab ich angefangen mit den Let's Plays. Ähm. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich gleich in der ersten Woche 18 Abonnenten kriege. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so viel an, aber das ist für mich schon eine Menge. Hm. Ja, ich bin jedenfalls, äh, für jeden einzelnen Abonnenten dankbar, deswegen hab ich auch diese Wand gemacht. Hm, ja, und das wollte ich euch nochmal sagen. Vielen, vielen Dank, wirklich. Hm. Ja. Äh, kennt ihr das, wenn ihr so einen Druck auf der, ähm, na, was wollte ich sagen? Wenn ihr so einen Druck auf der Lunge habt, hm, und einatmen wollt. Ich will euch nicht voll gähnen, weil ich die ganze Zeit gähnen muss. Aber das puste wahrscheinlich so ins Mikro rein, das will ich jetzt auch nicht. Und ich hab den Wecker nicht gestellt, das war ja logisch. Ich stell ihn jetzt einfach mal fünf Minuten. Ich hoffe, das reicht. So, ähm, ja, was wollte ich machen? Genau, ich wollte nachladen, das hab ich getan. Und, wollte ich noch was? Ah, ich bin so ein voller Dude. Egal, was sonst. Ja, jedenfalls, danke fürs Abonieren und so. Und, ja. Vielleicht wird es ja noch was, vielleicht krieg ich ja noch ein paar Abonnenten. Das wäre natürlich super. Ähm, ja. Und wir wollten jetzt Banditen töten, genau. So, schauen wir uns nochmal um. Mal da rauf gehen und wir sehen einen Ritter. Aber der interessiert mich grad nicht. Die troppen zwar gut Rüstung, aber... Ich brauche, äh, ich könnte schon was gebrauchen, aber das ist mir jetzt zu blöd, da hinzulaufen. Hm, ja. Mich stören diese freischwedenden Dinger da irgendwie, weil es ist so unrealistisch. Warum leckt das denn so, ne? Sonst ist hier immer alles voller Banditen oder irgendwas. Jetzt grad mal gar nicht. Das sieht ja auch mal nett aus. Oh, warum leckt das denn so, hm? Hm. Hm, 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 hm. Was mach ich denn mal? Wo sind denn hier welche? Vorhin war ich ja unterwegs. Oh, 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 wow, 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 wow. Och, und daneben natürlich. Hat auch irgendwas anderes zu tun. Geil, 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 geil. Drei Stück, das ist super. Ja. Komm, aber ich bin Rambo. Und keiner hat was getroppt jetzt. Doch, den. Super. So, aber jetzt geht's los, dann sind welche, da lade ich jetzt mal schnell meine Flinten nach. 1, 2, 1, 2, für einen Schuss und den nächsten Schuss und dann geht das weiter. Ich hoffe, die sterben bei einem Schuss. Achso, hab ich ja gesehen. Oh, der hat Fleisch getroppt. Nicht, dass ihr denkt, ich bin Libale, aber das wird wahrscheinlich Schweinefleisch sein. Sehr komisch, wenn das Menschenfleisch ist. Komm, sterb. Ich bin eher scharf drauf, diese freundlichen NPCs Menschen da zu töten, weil... Nicht, weil ich böse bin, sondern weil die einfach bessere Sachen droppen, wie ihr ja gesehen habt. Ein Diamant für den Mr. Gamecraft. Ach komm, jetzt wo ich hier bin, kann ich auch den Ritter machen. Aber vorher lade ich nach. So. Und dann ist ja auch gleich, ich denke, wir haben einen Schuss schon. Und zwei Hosen verloren. Ach komm, die werfe ich weg, ey. Ach, das sind Schuhe. Okay, dann brauche ich die natürlich. Okay, super. Ja, das mache ich dann mal weg und lade die noch nach. Oh, mein Hals tut weh. Aber das ist mir egal. So. Da wollen wir den auch noch töten. Ist das auch ein Ritter oder was ist das? Jo, das ist auch ein Ritter. Ey, der hat eine Hase getötet. Das Böse. Und Schatten, nichts verlassen. Okay. Oh, es wird dunkel, sehe ich gerade. Na. So und so. Hm, okay. Ich würde mal gerne draußen bleiben. Ey, das sieht doch echt mal geil aus, oder? Da. Warte, warte, warte. So kann man es besser sehen. Das ist doch geil. Ob ich das mal ausbauen? Hm. Ach, das sah eben aus wie eine Pyramide da hinten. Oh, da ist noch einer. Oh, ein Ritter. Wenn der jetzt noch einen Helm droppt, dann habe ich eine komplette Rüstung. Aber er hat nichts. Nur Munitionsverschwendung. Ach, Quatsch. So. Und so. Und ihr habt es gehört, der Part ist zu Ende. Ja. Ich hoffe, zwei Parts diese Nacht reicht, weil ich bin so fertig. Ja, sonst bin ich richtig müde. Und wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, meine Stimme tut total weh. Also, nicht meine Stimme, die kann ja nicht wehtun. Ich meine, ähm, mein Hals. Obwohl es laufen nur so viele rum. Und das ist auch mal geil. Ähm, die kloppen sich da. Ähm, wie? Sind das alles Ritter? Warum kloppen die sich? Okay, dann muss ich doch mal hin. Die troppen bestimmt was Schönes. Und dann, oh, ein Banditennest, Alter. Ist das geil. Na, komm. Na, haben die nichts getroppt? Doch, da ist ein... Oh, guck mal, der Held da. Der kämpft gegen Zombie. Doch, ein Helm. Da brauche ich gar keine Ritter mehr töten. Super, und hier bin ich. Ich finde diese Rüstung so hässlich. Okay. So, den töte ich da. Der ist gut. Oh, 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 oh. Okay, zwei Fisch. Das habe ich gebraucht. Zwei Fisch. Oh, die Munition geht weg. Wie scheiße. Hm, ja. Oder ich mache jetzt noch einen dritten Part. Komm, das ist gerade so spannend. Okay, ich werde den Part beenden und noch einen dritten Part machen. Das geht schon. Alles klar, bis gleich.